Audio to go präsentiert Nicht ein Wort zu viel Von Andreas Winkelmann Es liest Charles Rettinghaus Wort 1 Wahrheit Sind das Blutspritzer an der Wand? Es gab noch einige andere Details, die wichtig sein sollten für Klaas Rehagen, dass er an einen Stuhl gefesselt war zum Beispiel Oder, ganz grundsätzlich, nicht wusste, wo er sich befand und wie er hierher gekommen war Aber, Gottverdammt, woher stammten die Blutspritzer? Oder waren es gar keine? Gehörten die roten Flecke vielleicht zu einem Muster, aus dem Licht und Sonne im Lauf der Jahre die Farbe herausgepresst hatten? Aber auf dem einheitlich sandfarbenen Untergrund leuchteten sie so grell, so als wären sie erst vor kurzem entstanden Und sie waren auch nicht gleichmäßig genug verteilt für ein Muster Klaas auf Verbrechen geschulter Verstand wusste In der Kriminaltechnik kannte man verschiedene Muster von Blutspritzern, die einen Rückschluss darauf zuließen, wie die Person, von der das Blut stammte, getötet worden war Durch ein Projektil, durch die Klinge eines Messers oder den heftigen Schlag eines Hammers auf die Schädeldecke zum Beispiel Diese Muster ließen auch Rückschlüsse darauf zu, ob der Täter mit der rechten oder linken Hand getötet worden war, mit welcher Wucht und wo im Raum er sich dabei befunden hatte Schon immer hatte Klaas sich für diese Art von Details begeistert Nun aber jagten sie ihm furchtbare Angst ein Denn jetzt ging es um ihn Um sein Leben Und die Realität Nicht den Plot eines Buches oder die Szene eines Films Nein, um die gnadenlose Realität Diese Angst war gänzlich anders als alles, was Klaas bislang gespürt hatte Sie schien ihren Ursprung hoch oben an der Wirbelsäule zu haben An jener empfindlichen Stelle zwischen den Schulterblättern Das Einfallstor, durch das diese Angst seinen Körper nun mit Adrenalin flutete Und ihn dazu aufforderte, aktiv zu werden, entweder zu kämpfen oder zu flüchten Doch nichts davon war ihm möglich Und so musste er die Angst aushalten Sie mit allen Sinnen empfinden, ohne sich ablenken zu können Gegen die Fesseln hatte er schon gekämpft Anfangs mit berechtigter Hoffnung war es doch kein Seil Sondern Frischhaltefolie, die ihn am Stuhl hielt Mehrfach war sie Lage um Lage um seine Oberschenkel und die Sitzfläche des Stuhls gewickelt So wie vom Bauch aufwärts um den Oberkörper und die Lehne bis zum Hals So wie vom Bauch aufwärts um den Oberkörper und die Sitzfläche des Stuhl hielt